Die Strecke auch. Hat er aber gemacht. Ja, aber... Boah, das ist ja echt krass. Was ist jetzt passiert? Hallo. Der soll da aussteigen. Guck dir erst mal an da hinten, ey. Ich schätze, das ist auch das Problem von Sören, dass die Fahrräder da sind. Ach so. Die haben ja hier schon kleine Treckerballen. Ah, der Grüne ist ja hier. Guck mal, den Grünen, ey. Scheiße! Was ist das denn? Alter Schwede, das ist ja krass. Sören, fährt er nicht, weil wir da jetzt gestrichen haben. Aber der andere muss ja nicht anhalten jetzt. Das war ein Unfall. Ja, das sollte eigentlich verliebt werden. Und der Grüne fährt auch noch rauf. Ohne anschieben, ohne alles. Also normal hätte der gleich in der zweiten Runde disqualifiziert werden müssen. Der ist ja noch raufgefahren, ne? Der hat den ja richtig einmal gedreht. Ja, das war nicht so nett. Alles gut oder was? Ja, raus mit dem. Ihr habt ja mal gesagt, so was sollte nicht sein. Nee. Hoffentlich habe ich das jetzt...